Ganz einsamer Streiter hier heute. Und irgendwie hat er auch hier bloß ein verschwindend kurzen. Also ich meine, ist ja gar nicht der Rede wert. Warum kann die Kackkamera nicht schon wieder scharf? Ist das ein Tricksding. Ansonsten heute bis jetzt neu und sauber. Naja, jener hängt hier. Aber grundsätzlich unter.